Ich bin kein Cleaner. I was still a couple of blocks away from Vinnie's place. I had to get moving. One of ours, yeah, crashed in from the street. Who was driving it? One of ours, they're in trouble. We gotta get him out of there. Hallelujah, that wasn't good. Hey, 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 hey. Yeah, now it's slowly. Halfway hardcore here. The whole neighborhood was a battle zone and a mob war between Vlad's men and Vinnie's mobsters. Yeah, yeah, war zone. Super. Who's the man with nothing? Lone, hard boiled fugitive cop. Framed for the murder of his wife. On a quest for vengeance through the criminal underworld. In the city's heart of darkness. But I rode with you. Little justice. You. The night was great. Vinnie's used car lot was up ahead. I had to find a way down to the street. We could use some actual magic. We could use some, folks. Come on! We'll throw them away. No! 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 I got one! No! Okay. Der Headshot hat aber auf die Schwaden müssen. Die hier nirgends mal Penkeller rumliegen, Jungs. Ich kann es ja gar nicht glauben. So eine normale Flasche. Ja. Wo geht es weiter? Okay. Street Level wollen wir ja gehen. Irgendwie hier muss ich was übersehen haben. Ja, wie unvorbereitet kann man halt aber auch in die scheiß Räume reinlaufen. Jetzt mal ohne Mist. Shoot him! Ah! 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 Also sie sich einfach um jede Ecke rumlaufen. Lassen mich erstmal dreimal treffen. Von Kalaschnikovs und was weiß ich was. Und aktivieren dann Bullet Time. Ah! Ich weiß nicht. Das ist glaube ich nicht so die ganz richtige Taktik. Genau! khach! Die gucken Porno... Die gucken Porno... kann sie die schritte nicht vernünftig machen man das ist blöd da hätten ausnahmsweise mal control sticks geholfen weil es spielt selbst das ist was schon ein hell of you big what took you so long where's the rest of you you're the reinforcements Vinnie promised us right who else only it's just me the cleaners got the rest god damn it they're killing us like flies I guess one extra guns better than nothing okay let's go all right we'll head to the line we need to keep those Russian away from the ball keep them away from there the captain oh I'm sorry sorry hi I know it's nothing to laugh about deadly series the adventures of captain big head cock nitty hey enough we got a job to do raining cats and dogs here for I'm a rainbow gonna arrange something else to one of nice job guys ihr macht das ich hab ich hab volles vertrauen zu euch ihr macht das so so Was ist das? Jungs, ihr enttäuscht mich. Lass ich mich nur fragen gerade, warum hab ich das Sniper nicht? Das muss man erst mal können, ey. Während dem Springen durch das Zielfernrohr gucken und schießen. Das muss man halt lernen. Halleluja. Hier ist die Kack aber mal richtig am Dampfen. Paine, nicht du. Warum ist das immer passiert mit mir? Paine, du musst mich helfen. Es ist ein verdammt Baum in hier. Wenn ich die Hände ausfüllen, dann geht's. Bye-bye, Vinny. Du bist ein verdammt cop. Du musst mich helfen. Wie ist das passiert? Die Russen hat mich verletzt. Ich kann den Club. Ich kann helfen, ich kann. Ich kann, ich kann. Du musst mich ausfüllen, ich kann helfen. Du musst dich aufhören. Du musst dich aufhören. Du hast dich ein Problem. Aber ich war bereit, was ich zu tun, was ich zu tun, um zu verabschieden, um zu verabschieden, zu verabschieden. Paine! Cover me! Cover me! We gotta get through there! Don't let them get in me! Kill them! Kill them! Power! Shoot! Cover me! Halleluja! Boah, die Stelle ist echt mies, weil du einfach gar nichts siehst. Oh man, Paine! There's more than out there! They're coming over the wall! You gotta get me out of here! You hear? You hear, you bastards? You're gonna die! You're gonna fucking die! Oh shit! Oh shit! I can't fit true! I can't fit true! The bomb will blow up! Shit! What now, Paine? What now? Think! Think, Vinnie! Okay! 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 We'll head back! Back through the hall to the elevator up to my place! We'll get out through there! Let's go, Paine! Get up, Paine! Man! You gotta protect me! We gotta get to the elevator! Oh! Come on! Oh! Come on, Paine! Get them! Man! Bring them! Man! Du musst mich schützen, wir müssen auf den Elevator gehen! Alter, ich stehe mir doch vor dir, was wollt ihr denn? Pain! I'm going! Pain! Ja, du bist eine Pain ey, ohne Scheiß! Was? Was? Ich bin ein Collecter! Do you know how much this stuff is worth? I tell you, fucking much! Nothing nerdy about it, ich bin ein Collecter! Alles klar! Hey, lots of tough guys are into this stuff! Frankie was into this stuff! He was a fucking tough guy! Hey, just wait till I sell my collection online! Just you wait! We gotta get out of here somehow! Gotta figure something out! Think Vinny, think! Yummy! Ultimately firing slow-miss- Alright! Well, da wäre ich mir noch nicht so sicher! Hey, we're gonna die! We gotta get away from you! We gotta go ride! Minim, beweg deinen Arsch hier runter ey! More of them! Freaking more of them! Open! Open damn it! Come on! Don't do this to me! Come on! Ey, Vinny, ihr sind Spassi ey! Ah, das war ein Fehler! Mensch! Der Schiff ist steaming! Der Schiff ist steaming! Der Schiff ist steaming! Der Schiff ist steaming! Bin einer der Weex, Captain Baseball, bad boy! We got away! My car's up ahead! We got away, Pain! I can't fucking believe it! Did we, though? Come on! Cover me, Pain! Clear them out! Boah, das war haar scharf jetzt! Boah, das war haar scharf jetzt! Boah! Boah, das war's fun! In a fucking terrible, sick, not at all fun way! Vinny needed Mona as much as I did! We'll try to find Mona Sachs, she can disarm the bomb! Are you crazy?! She's just as bad as the Russians! She's part of the same fucking crew! You're delusional! I was desperate enough to look for Mona at the funhouse. I got a bad feeling about this. Max, dearest of all my friends, drop your gun, or the bomb goes. I had a bomb ticking in my head. No amount of painkillers would disable it. It's all a matter of perspective, tied to time and place, love and friendship, life and death. Vlad had led me to Mona's apartment at gunpoint. Just missed you at Vodka and at Vinnie's. Third time is the charge. We can't get him up here. The head is too big to fit through the door. Let Vinnie stay in the funhouse. That's where he belongs. I'll get to him in a moment. Ironic, isn't it? What is? How you fell for the killer working for the man who got your family killed. Love is blind. Everything is subjective. Choices, answers, good and evil. Woden sent the Project Valhalla file to the DA to put a scare on him. Your family paid the price. Mona is like me, just in the opposite camp, killing the society members allied with me. How funny is that? I hate to do this, but you know how you are. You would never let it go. Einstein was right. Time is relative to the observer. When you're looking down the barrel of a gun, time slows down. Your whole life flashes by. Heartbreak and scars. Stay with it, and you can live a lifetime in that split second. Besides, a gentleman always avenges the insults done to his lady. You did kill Wintersom. In the dream, I was an invisible ghost, hovering outside my body. Detective Payne, the boss is already here. He's waiting for you inside. Hope you haven't had your lunch yet. This one's bad. A crime of passion. This one's yours, Payne. You're the only one who could solve it. A bullet in the head. The killer's looking for an answer, but he's looking for it in the wrong place. He should be looking for it in his own head. She's a dream sequence, this year. Goddammit, this is Max Payne. He's running away from me. I can't catch him. She's died, her hair is red. We're talking about Christina Aguilera. I've been framed. Please don't kill me. Don't kill me. You win. You win. Just let me go. You can have it all. The gun trade. Freaking all of it. Just don't kill me. Vincent, dearest of all my friends. Let's play a little game. You're into games, right? The rules are simple. For every answer you get right, I'll remove the... Whoa. This guy is opening up. Have no fear. Vlad is here. Mortis up. Vladimir Lam. Vladimir Lam. Ja, das hier war so eine... You're gonna paste it, what you did. Äh, ist das Absicht? Das war, glaube ich, Absicht. Der hat keinen Kopf gehabt. What the fuck? Wir laufen einfach mal auf gut glückende Türen rein. Ja, das sieht gut aus. Vlad und seine Männer leften, nachdem sie mit Vinnie und mir waren. Ich weiß nicht, wie Mona kamen zu sein. Ja, und das ist aber, dass du falsch bist. Sie kamen mit mir durch die Feuer. Nice moves. Sie hat mich wo Vlade hat mich. Lied in einem Pool von Blüten auf der Flüte. Max, komm. Time to wake up. Sie war schön. Ich liebe sie, dass ich mich so fühle. Jetzt bin ich mit ihr. Ich hatte sie zu hören. Sie sind okay? Vlade war zu Wosjen. Ich bin nicht so dumm. Du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung. Du wirst sterben. Ich warte nicht. Das ist nicht dein Kampf, Max. Du kannst weg. Ich frage dich. Ich habe nicht verdient zu weg. Es gibt keine glücklichsten Enden. Du bist mit mir gekommen. Es war zu lange. Ich konnte sie nicht glauben. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin nicht so妙! Aber er hatte mich zu mir geschafft. Aber ich habe es noch nicht gesehen, aber es habe ihn so wohl geschafft. Doch? Ich habe ihn nicht gesehen. Das war es nicht.